willkommen zu einem neuen video ich stelle gerade mal um auf controller da ich das endlich hinbekommen habe ich hoffe dass es jetzt auch direkt funktioniert alles klar gut ja dann schauen wir doch mal ich habe schon mal am handy ein bisschen gelevelt habe aber keine quests gemacht sondern nur umgelevelt damit ich auf level 20 komme so schauen wir mal hier rein ahja ok so lass mal gucken hier jetzt muss erstmal hier mit dem controller klarkommen wie achso alle einsammeln y anhang nicht eingesammelt was ok barbara ok so bisschen kompliziert noch hier mit dem controller erstmal hier ein bisschen einspielen so also auswahl ist jetzt damit gehe ich ganz normal zurück das ist das hier ok so aufträge so das sind die tagesaufträge dafür muss ich erst level 26 sein abgrund magier bin ich jetzt dran und weltaufträge habe ich hier noch ok dann würde ich sagen machen wir uns mal an den weltauftrag erstmal dran so und das sollte der eigentlich achso ist an so ist aussieht ok zurück ansonsten habe ich neues in meinen Figuren so meine Waffe so Attrakte alles mal ein bisschen hoch gepusht soweit Charaktere wer war Barbara das war Barbara bababa okay ja alles klar vielen dank für die Vorführung warum habe ich sie bekommen da habe ich mir natürlich nicht aufgepasst aber egal so ok wir machen jetzt den weltauftrag wichtige informationen nach oben Ach, nach oben und LB LB Aha Okay Gut So, schauen wir doch mal rum Da oben habe ich jetzt auch jede Menge neue Sachen Jetzt ist die Frage natürlich Wie komme ich da hin Ah, dafür habe ich hier diesen Das ist Panel, okay So Äh Ha Ha Okay, das könnten wir auch machen Was ist das? Wunderbare, wunderbare Oha Cool, das machen wir auch mal später Gut Ähm Was Warum ist da immer noch ein Ausrufezeichen? Aktionsbeschreibung gedrückt halten, um aufzureisen Zwei Tage nur Das Gerücht geht um Eine merkwürdige Person sei beim Gasthaus Wang Chu Aufgetaucht Ach, um aufzureisen Und nicht zu reisen Okay Man sollte auch ordentlich lesen Gasthaus Wang Chu Was weiß ich Wo dieses Wang Chu ist So, das haben wir jetzt mal gecheckt Dann haben wir hier noch Oh, das ist ja Mal Es war ein glückliches König Verstabliegen zwischen den Himmeln Von diesem König kam ein Hörger Tast war Anfänger die Genesis aus dem König der König Die König Hörger Hörger und sie begann ihre Reise zu suchen. Aber sie war verweigert, und die Erinnerung ihrer nobelen Origins schlossen. Sie hat nun geglaubt, dass sie die König des Kingdoms der Dunkelheit war. Aber aufhör dich. Ein zweiter Krongelehr hatte bereits auf den Weg, wo die erste kam. Dies ist die Geschichte von deinem Reise, von deinem Geschichte zu erzählen. Okay, Windfinger Erlebnispass. Verbleibende Aktionszeit dieser Saison 10 Tage. Okay. Ja, das ist ja natürlich nett. 10 Tage, ey. Ha. Das ist natürlich... ...blöd. 10 Tage dafür jetzt einen Battle Pass zu kaufen. Deswegen... ...kaufen wir den auch jetzt noch nicht. So, was haben wir denn hier? Sperren? Aha. Das ist klar. Das können wir, das können wir mal. Läuft, besuche den, bla bla. Okay, ab und ab und ab und... Ha. Gut. So, dann können wir uns ja jetzt aufmachen. Untersuchen, bricht das dreifache Siegel. Äh, wie öffne ich denn hier meine Map? Gibt's da auch irgendwie... ...irgendwas? Ups. Das war Screenshot. Hä? Wie öffne ich denn meine Map? Okay. Oh, damit wechsle ich meine Charaktere. Und meine Map. Äh... Ah, da. So. Wo müssen wir denn hin? Hä? Welches dreifache Siegel denn jetzt? Hm. Ja, das ist natürlich... Blöd. Wenn ich nicht weiß... Ach, falsch. Ähm. Ach, wo war denn jetzt meine Questlog? Das hier. Untersuch das Schwerter Grabsiegel. Ach so. Das war das. So. Gut. Dann weiß ich, wo das ist. Gucken wir mal auf der Karte. Das war ja... Habe ich mir unten hier extra angesetzt. Das war hier. Dieses Schwerter Karten Siegel. Blabla. Aber... Ich sollte mal grad, weil da oben steht Belohnung für Abenteuerstufe. Erkundungsbelohnung. Ah ne. Ich geh direkt mal hier rüber. So. Teleportieren. Und dann gucken wir doch mal. wo und was wir jetzt hier zu tun haben. So. Das war doch dieses Schwerter Grabsiegel, soweit ich mich erinnere. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt hier untersuchen soll. Ah, da steht doch jemand. Und da liegt doch was. Zack, zack. Viel besser beim Aufsammeln. Nicht tausendmal die Maus zu drücken. Dr. Livingston. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Kannst du mir etwas über das Schwertgrab erzählen? Dieses Schwertgrab ist schon sehr lange hier. Ich vermute, es ist eine Hinterlassenschaft von Kriegern, die gegen Monster gekämpft haben. Äh. Wie kommen die Vorrichtungen zu den Blabla? Das klingt ja gefährlich. Hm. Ups, Entschuldigung. Ist das hier? Äh. Hä? Versteh's nicht? Die Siegel. Untersuch und bricht das dreifache Siegel. Ach, ja. Wie soll ich dir denn helfen? Außerdem kam doch eben noch eine Info. Mit. Oh. Wo ist hier da? So. Das, 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 das. Hm. Drei Hirschelstämme bewacht. Dort in der Nähe befindet sich, wie es aussieht, ein Mitglied der Abenteuergilde. Sie kann dir vielleicht mehr darüber sagen. Achso, ich soll jetzt in den, hä, hab ich das nicht schon mal gemacht? Ja. Gucken wir mal. So. Achso, das war das. Jupp. So. Dann gehen wir mal hier rein. Ich hab gedacht, ich hätte das schon gemacht. Ja, schießt du mal weiter, komisch. Dann gucken wir uns mal hier um. Ja, das ist doch das erste Siegel. Das hab ich ja gemacht. Oder? Schauen wir mal. Ups. Wie zieh ich hier nochmal? Ah. Äh. So, das ist doch aktiviert. Oder hab ich hier was vergessen? Sieht doch alles gut aus. Wow, Mann ey. Hey. Ich muss mich erstmal hier dran gewöhnen an diesen... Toll. Der macht ja gar keinen DBS. Dann eben so. So. Ah, da ist ne Kiste. Au. Ich glaub ihr spinnt. Mal sein hier. So. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken. Wo wir genau hin müssen. Gleich hier hoch. Hm. Vielleicht muss ich das verbrennen. Ach ja. Da hat man hier mal ein paar Tage nicht gespielt. Und schon blickt man hier nicht mehr durch. Au. Okay, das funktioniert nicht. Gut, dann wollen wir uns mal aufmachen. Einen anderen Stamm zu finden. Wo ich vielleicht noch nicht war. Das dreifache Siegel. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt entlang? So. Schauen wir mal. Also ich bin hier. Würde ich sagen. Eins wird noch hier sein. Und eins wird irgendwie... Da oder so sein. Ich gehe davon aus. Wir machen uns einfach mal auf den Weg. Und schauen uns das mal an. So. 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 Beim Schlafen hier weg. So. Okay. Ist das richtig. Oh. Der hält aber ein bisschen was aus. Hier du. So. Das untersuchen wir mal schnell. Sammeln wir ein. Ach du lebst noch. Gut. So der ist auch mal weg. Zack, zack, zack. So. Gucken wir mal dass wir hinten... ...zu diesem Stamm laufen. Aha. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich glaube, den hier hatte ich auch schon. Oder? Ne. Gut, der hier fehlt mir noch. Wo sind die Gegner? Ah, Herausforderung. Ach, ne. Uiuiui. Uiuiui. So. Ui. Ah, falsch genug. So, BAM. Okay, das sind nur normale Wasserfiecher. Oh. Ja, da ist der Nachteil mit dem Controller ein bisschen, mit dem Zielen. Da habe ich es nicht ganz so toll drauf. Ja, okay, wir wechseln mal auf meinen Charakter. Und hauen einfach mal drauf los. So. Und schauen wir mal, ob der DPS ausreicht. Oh, da ist ja einer. Mit diesen Kiechern. Oh, ich habe hier nur eine gewisse Zeit. Verdammt. So. Oh ja. Einer mit dem Schild. 20 Sekunden. 20 Sekunden. Okay. Dann mal ein bisschen Gas hier geben. Ah, nein. Falscher Charakter. So. Oh. So. Dreh dich mal um. Aha. Ja, was ist los? Fängst du mal an zu brennen? So. Okay, der ist gewechselt. Oh nein. Falschknopf. Äh. Okay. Hilfe. Ich weiß noch gar nicht, wie ich hier so einen Switch mache zum Laufen. Oh, 5 Sekunden. Verdammt. Geh doch down. Habt's geschafft. Sieht so aus, oder? Gerade so, ey. Das Handling mit dem Controller ist schon Anpassungssache. Ich muss mal gucken, wie mache ich denn jetzt überhaupt hier diesen Ausweissschritt? Okay. Oh. Ah, das ist mein Ausweissschritt. Mit diesen Dingen. Ach so, mit dem Laufknopf. Ah. Ja, 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 ja. Da ist noch eine Kiste. Ja. Zack. Okay. Tyro. Tipp, 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 tipp. Okay, das war dieses. Dann können wir jetzt. Zurück. Bam. Ach, ist das schön. Wenn man so schön viel Schaden macht. Tü, 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 tü. Ja. 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 Ach, ihr wollt auch Ärger, ja? Okay, könnt ihr haben. Hier. Spürt mein Schwert. Ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen mehr aufstärken. Ja. Da, wie viel sind denn hier? Ja. Da ist schon weg. Und der bleibt einfach still und ruhig da sitzen. Warum auch nicht, ne? Okay. Ah, der hat was da liegen gelassen. Da sammeln wir nochmal schnell ein. Zopp. Und dann gehen wir mal hier zu unserem Schwertergrab. Und holen uns die schöne Kiste. Und schauen doch mal, was wir dort drinnen finden. Boah, epische Items. Also, ich bin unfassbar. So. Dann haben wir das mal. Dann gucken wir mal, was hier jetzt Schickes gibt. Okay. Elementarkunde. Elementar wäre ja was für. Bla, bla. Ja. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Was ich jetzt wieder wollte. Ach ja. Das hier ist doch mein Questblock, oder nicht? Ja. Weltauftragung. Abenteuer in der Ferne. Tausend Meter entfernt. In Mondstadt. So. Gucken wir mal auf die Karte. Das ist perfekt. Können wir nämlich unsere Belohnungen noch abholen? Gehen wir doch direkt mal hier schauen. Haben wir hier noch was an? Ups. Sachen abzuholen. So. Äh. Was haben wir denn hier Schönes zu kaufen? Neue Rezepte oder so? Nö. Nix. Okay. Was war denn das dann, was... Wir haben hier, ähm... Welche Belohnungen? Für Verarbeiten von Waren. Oder muss ich das hier machen? Ah ja. Mein... Äh. Ich will das abholen. Erhalten. Ah. Okay. Gut. Das haben wir abgeholt. Und dann gehen wir mal hier zur Abenteuergelde. Holen wir einmal hier die Belohnung. Belohnung sammeln. Oh Mann. So. Das haben wir eingesammelt. Ad Astra Abyssosk. So. Hallo. Was gibt es für neue Missionen? Kann ich dir helfen? Mhm. Ja, 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 ja. Abenteuer in der Ferne. Sprech mit Kate. Drücke zum Verfolgen. Okay. Was gibt es sonst noch hier? Zur Erkundung. Expedition abgeschlossen. Einsammeln. So. Was gibt es denn sonst noch hier? Okay. Den setzen wir mal ab. Und. Die setzen wir mal ab. Und. Achso, ich kann nur zwei Stück absetzen. Ups. Gut, das haben wir jetzt. Äh, jetzt soll ich da mit jemandem sprechen. Hier. Nein. Achso, ich soll mit der... Das ist ganz woanders da. Wo ist das? Alter, das ist ja am Ende der Welt. Mein Gott. Voll der weite Weg. Okay, dann machen wir jetzt... Erstmal... Mit unserem anderen weiter. Und zwar... Äh... Abgrund-Magier. Geht's zum Weingut? Ha. Oder Abenteuer in der Ferne. Können wir auch machen? Gut, dann machen wir doch Abenteuer in der Ferne. Achso, warte mal. Ähm... Charakter. Hallo. Äh, ich hatte hier noch... Da, hab ich ja noch was. Sternbild freischalten. Aktiviert. Und jetzt? Zieht die Gegner an. Okay. Dann hab ich noch gesehen. So. Ich hab ja genug Punkte dafür. Äh. Genug Punkte dafür. Ähm... Dafür gehen wir. Hier hin. Glaub ich. Ähm... So. Waren aussuchen. Und wir holen uns... Ich hab 450 von diesen Dingern. Ich hole mir hier sowas. Kaufen. Kaufen. Perfekt. Ausverkauft. So. Und jetzt müsste ich doch eigentlich... Ups. Was haben wir... Achso, was haben wir denn eigentlich hier noch? Äh... Acht Stück könnte ich mir sogar holen. Aber die habe ich doch schon. Einmal. Ein. Acht. Bei zehn könnte ich sowas holen. Oder ich hole sowas nochmal. Ha. Gebiet für Anfänger. Hm. Jo. Ich weiß es nicht. Fehlen nicht mehr. Filtern könnte ich hier von... Ähm... Mehr holen. Aber egal. Wir gehen jetzt mal wieder auf unseren... Charakter. Sternenbild. Und das zweite freischalten. Erhöht die Aufladerate um 16%. So aktivieren. So aktivieren. Ist das gut? Haben wir sonst noch einen, wo wir sowas aktivieren können? Na, die haben nur Artefakte für sie. Die ist mit Büchern begabt. Hydro. Habe ich überhaupt schon einen Hydro? Nö, ne? Hydro ist neu. Aha. Na gut. Dann gucken wir hier mal Artefakte bei ihr. Sie müsste aus... Sie hat Kampfkünstler und... Äh, nein. Setbonus. Sie hat einen Berserker-Teil an. Ausbilder. Zweimal Ausbilder hat sie an. Hm. Und bei dem Berserker... Erhöht es die... Das Ding. Hm. Hier, Elementarkunde 17. Ah, lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Gut, dann machen wir uns jetzt auch mal auf den Weg hier nach, äh... Walhalla da unten, Junge. Alter, alter. Ah, da mit. Tis, 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 tis. Es ist ein langer Weg. Den muss ich bestreiten von... Hier aus. Ist der nächste Punkt. Ne, hier. Und dann laufe ich da rüber. Boah, ey. Übelst weit. Ich weiß zwar nicht, warum die mich jetzt so weit da hinschicken. Aber wir machen uns mal auf den... Weg dorthin. Es wäre vielleicht auch von Vorteil, wenn... Ich vielleicht mal... Ja. Cool wäre ja, wenn ich mir noch das Mädel mitnehme. So, wir gucken mal auf die Karte. Von diesem... Speziellen Teil. Ah, nee, das war's nicht. Das war's auch nicht. Hier. So. Indem wir... Astrolabos. Wie kriege ich die? Reis zu... Und zuletzt in Liwe halt gemacht. Aha. So. Das können wir immer noch machen. So. Ne, gut. Dann machen wir das ein andermal. Und jetzt laufe ich erstmal... Hier rüber. Ey, da lebt der wieder. Was ist... Verkehrt? Ei. Ei, das wollte ich doch nicht. Meine Güte. Ja, alles klar. Danke. Ah, der kriegt trotzdem durch... Gut Schaden. Besser wäre es natürlich, wenn ich so schmelzen... Ui. So. Na, komm schon. So. Sammeln wir mal ein. Zack, 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 zack. So. Und dann muss ich hier jetzt einfach mal... Entlanglaufen, ne? Ah, guck mal, da klickzert überall alles. Das sammeln wir uns mal... Gerade schön ein. Ui. Wenn ich schon hier bin. Man weiß ja nicht, wofür man es braucht. Steintor. Ah, hier sind so... Teile, die ich schon noch brauche zum Sammeln. Altar. Genau, fliegt nochmal in die Luft. Er lebt immer noch. Und glaub mich. So, dann holen wir uns jetzt mal die Steine noch mit. So, dann... Gehen wir mal da rüber. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Wie ich mir das vorstelle. Oh man, was ist denn mit meiner Stimme... Schlimm. So, die Brocken, Erz oder was auch immer hier. Wieder Eisen, holen wir uns mit. Zack, ups. So. Da ist auch noch was. Gibt es auch mit. Was? Was war das? Na? Ape, ey. Geht doch ins Wasser, ey. So, die hier muss ich, so wie es aussieht, wieder zerschießen. Äh, direkt beide kaputt. Okay. Oh, Emu. Den wollte ich doch nicht. Ich hab doch nach oben gedrückt, man. Boah. So, was ist das? Oh Gott, da brauch ich ja ewig, um das Ding hier. Und Noelle hab ich jetzt, glaub ich, auf Reisen geschickt, ne? Oh, je. Mann, das ist ja hier. Ein Aufwand. Hey, Krebs, 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 komm her. Shit. Shit. Weg, ist er. Geosiel erhalten? Was? Könnte ich mit dem Boot fahren? Hallo? Äh, nein. Ja, da steht jemand. Von da bin ich gekommen, ne? Ich hier so wild durch die Gegend laufe, weil ich nie von wo ich gekommen bin. Umher ziehen der Schwertkämpfer. Im Suft geboren. Da ist Blut an deinem Zubehör. Oh, nein. Hm. Hat dem einfach mal ne Berserkerfeder gegeben. Hast du sonst noch irgendwelche Infos für mich? Gut. Hinten ist wieder Herzabbau. Ah, da hinten ist eine sehr sprengbare Mauer. Mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Da ist eine Kiste, die holen wir uns auch mit. Oh, nicht gut. Weg von mir. Ah, die sind schon down. Perfekt, perfekt. So. Können wir direkt mal hier weiter. Oh, hier ist die schöne Mauer. So, dann macht die mal kaputt, mein Freund. So, ich kann die ja auch zerschlagen. Ach, nur ne Truhe. Mit überhaupt keinen coolen Items drin, Mann. Was sieht das aus? Oh mein Gott. Alles klar. Sag das doch direkt, ey. Oh, ist schon kaputt. Ah, da gab es eine Truhe. Das ist ja nett. Und auch nur Ramsch drin. Die Hälfte fällt hier runter. Hihi. Ich müsste vielleicht mal meine Energie aufpushen. So, was haben wir denn Gutes zu essen hier? Das ist ja nicht die Welle. Zack. Zack. So. Äh, wo muss ich denn jetzt lang? Ich bin schon wieder nach unten. Da in die Richtung. Durchs Wasser? Äh, ich muss da hoch. Da, in die Mauer. Vorhang kletter ich jetzt mal hier hoch. So, guck mal mal. Müssten wir eigentlich schaffen. Oh. Falschkopf. Hopp. Hopp. Oh, da gibt es wieder irgendwo so einen Siegel. Äh, bin ich gleich oben? Hallo? Schnell. So. Schnell auf die Straße hier. Ich muss ja immer den schwierigen Weg gehen. Oh, da ist noch ein bisschen was. Hängen wir uns auch mit. So. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Also, hier soll es sein. Irgendwie. Vielleicht noch da oben. Vielleicht hier oben. Klettern wir doch mal hoch einfach, ne? Guck mal doch mal. Hier. Was ist denn das? Über Gippes. Was? Oh, guck mal hier. Teleportationspunkt. Schöne Sache. So. Geht's denn hier lang? Hier. Was haben wir denn hier? Eine neue Stadt, oder was? Oh, guck mal. Hier sind Menschen. Onkel zu. Es gibt... Da legt er einfach mal eine Kiste in der Exel. Mach's doch mal einfach so auf, ne? Warum auch nicht? Ey. Reden wir mal hier mit dem Onkel. Ich hätte gern etwas Tee. Große Schüssel Tee. Tausender. Na gut. Eine kaufe ich mal. Gibt's sonst noch was? Was ist das hier? Aha. Mhm. Gut. Dann klauen wir dir mal hier noch das Zeug weg. Tup, 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 tup. Ah, hier ist ein schwarzes Brett. Gucken wir auch mal. Tup, 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 tup. Okay, nichts Besonderes. Tante Quau. Was machst du da? Tierverkäufer? Was? Habt ihr denn nichts Interessant? Ey, ich wollte nicht mit dir reden. Tschüss. So. Da ist auch noch was. Oder? So, das muss aus. Wo geht's denn hier lang? Hier runter. Richtig? Falsch? Hm. Gut. Dann gehen wir hier mal runter. Gucken wir uns noch um. Warum leuchten die Sachen da so schön? Muss ich die anzünden? Aha. Vielleicht verbirgt sich dahinter ein Geheimnis. Äh, warum brennt das nicht? Das funktioniert. Okay. Und der hier? Äh. Okay, der ist jetzt auch aktiviert. Ich muss was machen. So, das ist auch aktiviert. Yay, ein Geheimnis gefunden. Was ist drin? Mö. Da hinten ist ein Geheimnis. Da laufen wir doch mal gerade rüber. Zu dem Ding. Was haben wir denn hier? Schick. Ferteschwanz. So, wo war das da oben? Gehen wir mal schnell reingucken. Was sich hier verbirgt. Ach, nur eine Truhe. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Da ist noch eine Truhe. Und Gegner. Bam. Oh, ins Wasser rein. Ich hole meine Truhe her. Okay. So. Von da sind wir jetzt gekommen. Dann gehen wir weiter. Hier lang. Da hinten steht auch schon wieder einer. So, dann gehen wir mal zu dem. Äh. 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 Teil, was wir brauchen? Das müsste ungefähr... eigentlich... eigentlich... hier sein. In der Luft sehe ich nichts. Ach, da. Sieh an. Unter der Brücke. Hä? Ich komme, keine Angst. Wir kämpfen schon. So, der ist kaputt. Wo ist der andere? Wo ist er? Hä? Ist das Wasser oder was? Hallo? Wo bist du? Ach, da. Oh, eingefroren, 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 eingefroren. Nein. So. Das haben wir schon mal. Okay. Hinten... sind auch schon wieder ein paar Menschen. Was gibt's denn bei dir? Du Bohansi. Nix? Okay. Ah, da oben ist wieder so ein Teil. Ja, ihr habt mich noch gar nicht sehen können. Ich war noch hinter dem... Ding, ey. Okay. So. Ungefähr... Das ist auch ein Ausrufezeichen. Das heißt, da gibt's wieder was. So. Aha. Geheime Truhe. Das ist das Ausrufezeichen. Aber hier irgendwo... müsste... sich was verstecken. Aha. Okay. Hab's gesehen. Ah, fall doch nicht da runter. Hoch. So. Und dann... Juhu, da rüber. Blöpp. Gut, das haben wir eingesammelt. Jetzt haben wir hier... Oh, da. Wie kann ich dir helfen? Oh, vielleicht sollte ich auch erstmal ein bisschen... Nahrung... Einfach erst das Feuer entfachen. Ja, ich entfeiere... äh, entfache das... Feuer. Äh... Mit dem falschen Knopf. Brennt es jetzt? Sieht so aus. So. Was können wir denn hier zubereiten? Schönes. Was uns ein bisschen Energie... geben würde. So. Hier hab ich überall schon die Kochkunst voll. Hier noch nicht... gegrillter Fischspieß. Gibt mir aber auch nicht so viel. Aber egal. Wir machen einfach mal... Zack. Damit wir das mal... hoch pushen. So. 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 Und fertig. So. Was haben wir noch? Fünf von fünf. Null von zehn. Spaghetti. Zehn von zehn. Da fehlt noch einiges. Null von zehn. Null von zehn. Null von zehn. Acht von zehn. Zehn von zehn. Drei von zwanzig. Yo. Ich brauch aber Futter irgendwie. Hier. 18 bis 22 Prozent Energie. Spaghetti sind gut. Die machen wir jetzt mal. da. Mal. So. Weil es so schön war. Yo. So. Das müsste erst mal reichen. So. Sprechen wir mal hier die Fremde an. Oh Reisender. Du kommst gerade. Reisender. Was mit euch. Mann. Geht gar nicht. Text. 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 Zu viel Text. Hm. Komm. Sag mir mal lieber was jetzt. Ab geht. Xi von Guiyong. Untersuche die Ruinen. Untersuche die Ruinen. Diese Ruinen hier. Was auch immer du. Bäm. 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 Gibt es die immer noch. Boah. Bäm. Ich schau dir dein Schild kaputt ey. So. Ich unter dir suche die Ruinen. Und suche was auch immer du. Gerade. Begeh'st. Spindlein. Das sieht verdächtig aus. Bringt aber nix. Gut, wir untersuchen weiter die Ruinen. Oh, ich hab das Vieh zerstört. So. Machen wir mal hier... Wie mach ich denn jetzt hier noch mal diesen... Ah, so. Okay. Ja, genau. Bam. Kriegt mir leider gar nix. Gut, dann wechseln wir mal wieder auf unseren... ...besseren Charakter. Kommst du wohl da oben runter? Ach, hier ist wieder so ein... Hallo? Noch mehr? Wo sind sie? Ach, da hinten ist einer. Okay. Noch einer? Ähm... Ah, da ist so ein Ding. Was ist das? Okay, das war's nicht. Was? Aha. Protokoll. Okay, das war's. Was du besucht hast. Aber... Oh, was ist denn da oben? Oh, weia. Was ist denn das? Oh la, ein Ruinenfänger. Also, ich versuch mich mal, äh, drumherum zu schleichen. Ich will nämlich das Ding haben. Was geht da oben? Ab. Juhu, ich hab's bekommen. Und weiter vor mir soll noch eins sein. Mann, hier gibt's so viel zu entdecken. Ich frage mich, was das da wohl ist. Ob ich den anschießen... Ah, 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 ah. Ob ich den anschießen soll? Das ist die eine Sache, ne? Okay, da tut sich gar nichts. Höh, doch, jetzt tut sich was. Alter. Alter. Yo, alles klar. Hilfe. Alter, weg von mir. Zu wenig DPS, zu wenig DPS. Ich brauch was anderes. Äh, was mit der hier? Vielleicht. Yo, das sieht besser aus. Oh, 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 das sieht nicht gut aus. Oh, yo, alles klar. Äh, ja, du musst auch schon... Äh, weg, 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 weg. Äh, triffst du den auch? Nein, Mann! Was geht denn? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich treff den gar nicht. Ich muss wechseln. Hilfe! Äh. Verdammt, ey. Alter, hab mich getroffen, hab mich getroffen. Weg hier. Junge. Äh, wo sei? Da. Jo, weg hier, weg hier. Alter. Alter, ist mal gut hier? Willst du jetzt die ganze Zeit da oben verhauen? Oh, meine Chance. Bisschen Schaden zu machen. Komm schon. Stirb. Nein, er steht wieder auf. Das darf er nicht. Bleib liegen. Ah, Gott sei Dank, er ist down. Schnell mal hier. Futter. 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 Wo ist mein Spaghetti? Ach so. Ich brauche ein Wiederbelebungsdinger. Hier. Zack. Plupp. So, und dann Spaghetti. Spaghetti, Spaghetti. So. Ähm. Ja, was war das jetzt? Was hat er hier mit Tolles beschützt? Unvollständiger Text. Hä, was? Und was war hier eben mitten im Kampf? Irgendwas mit vergraben? Graben? Uh, ne Kiste war da vergraben. Okay. Wir wollen aber immer noch zu diesem Ding, was hier irgendwo gesteckt ist. Hier muss es also irgendwo was geben. Ah, da siehste. Ah, haha. Oh. Gibt es hier sonst noch was? Nein, ich wollte nicht. Tote Quallen. Das wolltest du gar nicht. Ah, ne Kiste. Das gibt es hier. Glücksklee. Fein, fein. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hallo? Äh. Aha. Sieht das aus, als hätte man das zersprengen können? Äh. Hallo? Darf ich mal hier, ähm... Ah, ne. Das kann man nicht zersprengen. Gut. Äh. Das haben wir. Wo war der jetzt hier? Da oben. Das wollte ich mir noch angucken gehen. Komm, da hoch. Äh, ja. So. Sieht mal ganz interessant aus. Zack. Oh, das hat der dann schon super mega... ...teil. Ja, die haben ja alle ein Schild, ey. Geht's gut, ja? Ja. Ja, gehst du mal kaputt. So. Was ist das denn? Starten? Wenn ich was starte, klingt das nie gut. Neue Monster. Aha. Was ist das? Aha. Okay. Soll ich das jetzt echt starten? Leute. Da kommt nie was Gutes bei rum. Hallo? Hat sich was getan? Nix? Keine Monster? Hm. Das ist ja sehr seltsam. Und wenn etwas seltsam ist, ist es nicht gut. Gut. Hm. Was war das? Ah, da hinten ist das Ding, ne? Was ich anschließen kann. So. Plupp. Oh. Monster, Monster, Monster. Oh, jetzt sehe ich's, ne? Ist trotzdem getroffen, ne? Ah, ganz langsam. Ja, bewegt sich das? Ne. Also ich muss die Schusskontrolle langsamer machen. Da hinten ist dieser Geist. Da unten ist die Truhe. Okay. Von der einen Aufgabe zur anderen Aufgabe. Plupp. So, da ist der Geist. Oh, hier ist noch so ein Ding. Irgendwo. Geradeaus. Wo ist der Geist denn? Mist. Schon verpasst. Wo ist der denn jetzt hin? Geist, wo bist du schon wieder? Verdammt. Na gut, dann gehen wir jetzt mal... Ach, da ist er. Hallo. Guck schon mal, wo der hinfliegt. Äh. Weit. Da hinten. Ah, der hat schon die Kiste geöffnet. Okay. Ich will aber erstmal hier... Zu diesem... Ah, da muss ich wohl da hoch. Machen wir das doch mal. Hallo, ich seh nix. Hallo, wo bin ich? Noch weiter Höhe. Hoch. Oh. Oh, hier gibt's nen Port. Sehr schön. Oh, schau. Falschen Charakter. So. Und weg mit dir. Oh, du bliebst ja noch. Activated. Geil. So. Hm. Urgestein. Oh, da unten ist wieder hier so ein... Oh, da ist es ja einfach so mitten auf der... Klüfte. Klüfte. Was war das da unten? Erz. Dies. Jenes. Schöne Schlucht. Schöne Schlucht. Ähm. Was wollte ich? Irgendwas hab ich gesehen. Ach, da. Das hier. Dafür gehe ich auf... Karte. Sieht das aus wie ne Karte oder was? So, Karte. Hier wo ich bin? So. Wie setze ich denn jetzt n... Punkt? Was? Hartz aufhören? Nein. Ich wollte eigentlich hier, ähm... Ah, so. Machen wir hier sowas hin. Damit ich weiß, dass ich hier... Mal, äh... Hinten kann, für Herausforderungen zu machen. Und des Weiteren... Bin ich jetzt grad schon wieder... Total... Ach, der Geist. Die Kiste. Oh mein Gott. Die Kiste ist immer noch hier. Ach so, die Ruinen. Oh Mann. So, komm. Ich geh mal grad die Kiste noch holen, da oben. Die hab ich jetzt total vergessen. So, wo war die jetzt? Hier. Zack. So, und dann? Ach, das war mal die Kiste. Welch Zufall, welch Zufall. So. Von den Dingern seh ich jetzt nur den Tank. Keine. Aber... Irgendwas. Ah ne, die Kiste hab ich ja. Hä? Ach so, das war die Kiste hier draußen, ne? Irgendwo. Da bist du ja. Hä? Ich sollte doch die Ruinen untersuchen. Och Mann, ey. Ruinen untersuchen. Ist das vorbei? Untersuche die Ruinen. Ja, hab ich doch gemacht. Gut. Dann mach ich hier erstmal einen Zwischenstopp. Dann untersuchen wir die Ruinen beim nächsten Mal. Dann auf Wiedersehen.